Und Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Heute werden wir uns mal anschauen, was passiert, wenn wir unserem alten Flechtkasten hier und die benötigten zwei Monde geben. Los, Cappy, hier, ganz viele gesammelt für dich. Ich bin gespannt, was passiert. Oh, 15 sind es insgesamt schon. Ah, ein helles Licht. Oh, cool. Neun Anstrich. Die Odyssey ist funktionstüchtig. Oh, Raumschiff heißt also Odyssey und da oben schwimmt Saft. Bananensaft. Sag ich doch, es sind Bananen. Wow, was für eine coole Ansicht. Wir haben genügend Energie, um ins Wüstenland zu reisen. Dann wollen wir mal unsere Freundinnen retten. Möchtest du ein Steuer? Ist ganz einfach. Wähle das Wüstenland aus und drücke A. Und los geht's. Ich würde eher gerne wissen, wie man an die schwebende Insel dort kommt, auf diesem Kaskadenland und wo die lilaen Münzen noch sind, aber momentan fällt mir dazu leider nichts ein. Können wir hier noch was machen? Stimmt. Warte mal, lass uns mal hierin reisen. Hm, wir sollten unsere Reise fortsetzen. Na gut, ich bin storybedingt gebunden. Mario, du solltest vielleicht reingehen. Stimmt, vielleicht ist jetzt auch hier drunter irgendwas, was uns hilft, auf die Insel zu kommen. Oh, ne Käpt'nmütze. Ist doch gar kein Zug. Ist doch gar kein Zug. Coole Aussicht. Na, wie gefall ich dir als Kapitänsmütze? Ganz schön fesche, oder? Also, wo waren wir stehen geblieben? Das Ungeheuer schimpft sich an zu Bowser, richtig? Gut, mit der Odyssey holen wir ihnen neukommen nichts ein. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipf, Stampfattacke. Mit Blöcken und Gegnern unter dir oder Bodenunebenheiten fertig zu werden, geht nichts über eine Stampfattacke. Drücke ZDL in der Luft, um mithilfe einer Stampfattacke alles unter dir zu pulverisieren. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Falls du mal was nachschlagen möchtest, kannst du jederzeit einen Blick in die Anleitung werfen. Danke, hab ich doch schon gemacht. Du kannst in der Zeit das Menü mit Plus öffnen und die Anleitung auswählen. Schauen wir doch mal, was hier über das Wüstenland steht. Wie der Name vermuten lässt, ist es von Sand bedeckt und wohl auch ziemlich heiß. Dort gibt es Ruinen zu sehen und jetzt kommt den sogenannten Ring der Einheit. Der bindet Leute wie ein Ehring. Dieser Bowser klingt ja ganz nach jemandem, der eine kostbare Antiquität für seine Scheinhochzeit stehen würde. Wir sind gelandet. Oben auf dem Ruinenturm. Ein grüner Mond. Wir haben es geschafft. Unsere erste Fahrt mit der Odyssey war ein voller Erfolg. Es ist furchtbar kalt und ich dachte immer, in der Wüste wäre es heiß. Ähm, warum leuchtet es auf der Tonspitze? Ist das etwa ein grüner Mond? Eine Wüste, die eiskalt ist. Und riesig, riesig. Eine Wüste mit Eis. Eine Wüste mit Eis. Warum ist hier Eis in der Wüste? Ha, Eis kaputt gemacht. Hurra. Geht es bei den Großen auch? Auf in ein anderes Land. Ich möchte probieren, nochmal zurückzureisen. Ob das jetzt geht. In der Sequenz eben hat man noch einen grünen Mond gesehen. Ich finde es echt cool gemacht. Man sieht richtig auch, wo man jetzt hinreist. Reisete Münzenzielwurf. Oh, okay. Den kann ich ja überspringen. Den habe ich ja schon. Mal sehen. Vielleicht ist es jetzt an der Stelle, wo das Raumschiff vorher gestanden hat, etwas. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt landen. Da! Da war die Tür! Ich sehe sie! Ich habe die Münzen und die Tür, die ich meinte, gefunden. Die war nämlich gar nicht da oben, sondern da drüben. Da wollte ich hin. Die Blöcke setzen sich zurück. Alle. Ja gut, das ist... Was ist das da? Das ist aber neu. Ist das ein Cap-Shop oder was? Oh, herzlich willkommen. Ohne muss nichts los. Es gibt zwei Sorten von Münzen. Münzen und Münzen. Also Goldmünzen und Lila Münzen. Ups. Du weißt sicher, dass man gelbe Münzen, also Goldmünzen, in allen Ländern einsetzen kann. Lila Münzen hingegen, aber nur dort, wo du sie gefunden hast. Also hier. Herzlich willkommen. Kraftherz. Kraftherz. Dieses herzförmige Item erhöht deine maximale Lebenskraft. Kaskadenlandmond. Dieser Mond wurde bei den Fossilfällen entdeckt. Okay. erst mal holen wir uns einen mond noch ein mond weiter crazy cap hut ein original aus dem trending crazy cap shop crazy cap outfit punk shorts steinzeit schädel primitiven klempner fertigen diese kruden stücke einst ausschädeln von paraknochen trocken steinzeit outfit skarland sticker tricks modell cool warte mal den will ich kaufen die möchte ich auch kaufen so dafür müssen wir erst wieder münchen sammeln wie wir gehört haben gibt es die ja nur hier so wie wir wissen weil wurde ja mein stümmer da klebt auch so ein metall block drin auch so mit halting mit halber wie den den wohnen gesehen haben okay die haben auf jeden fall was zu tun damit und hier wollte ich mal gucken wie hier ist gar nichts was ist das für ein stein oh da war ein mond drin rollfels am wasserfall ok na gut dann war hier wenigstens ein mond drunter und aktuell haben wir eine captain hier haben die da ist die schwebende insel oben so aber bevor wir dahin reingehen will ich gerne noch diese münzen haben es gibt noch genau zehn münzen hier von diesen lilanen ok erst mal hinter uns gucken wir nehmen guten level ich bin hier ein bisschen besorgt das sieht aus wie ein kampf gegen einen t-rex ja lass mich raten wir sollen gar nicht so hier lang sondern wir sollen den t-rex nehmen weil es verdammt viele von diesen komischen tierchen sind Ist hier noch irgendwas versteckt? Hm. Wow. Scheiße, echt eine Höhle zu sein mit euch. Stimmt, er kann ja doch sprinten. Hatte ich vergessen. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, was ich hier eigentlich machen soll mit dem T-Rex. Vor allen Dingen, wie kriege ich die dann? Okay. Oh, da können wir runter. Ah, ein Mond. Yes. Oh, warte mal. Oh, aber was ist das da unten? Können wir da einfach so... Ja, wir können einfach runter. Wir holen uns erstmal den Mond und dann nochmal den T-Rex. Aufräum in der Dino-Höhle. Yay. Fünf Minuten haben wir noch knapp für den Part. Da ist ne... Nein, nicht da runter. Da sollte er jetzt nicht runterfallen. Oh nein, jetzt sind sie alle wieder da. Stepp, stepp, stepp. Können wir hier so runter, ohne Dino. Hm, mal gucken, was hier drin ist. Warum sollte man an der Stelle runterfallen, aber an den anderen nicht? Hä? Macht keinen Sinn. Das ist doch, wenn wir die schädchen. Das ist doch, wenn es nicht anders ist. Das ist doch, wenn wir die Schädchen. Das ist doch, wenn wir sie zusammen... Wir holen uns das in der Fall. Okay. Was ist das. Das ist doch. Genau. Oh, das ist doch. Sie ist doch. andere richtung da war noch eine versteckt wie fies da kommt man doch gar nicht drauf ok gut den müssen wir also mit dem dino holen trotzdem habe ich noch keinen weg gefunden zur schwimmenden insel hoch entschuldige dass ich dich nochmal wecken musste aber zack raserei in der dino-höhle gute nacht hihihi zwei monate bekommen extra je dennoch fehlen uns münzen münzen sag ich schon mario danke wir können überall was verstecken Oh, okay. Dreh dich mal! Das muss doch auch kaputt gehen. Wo? Nicht so, oder? Hallo! Danke! Ja! Oh, zum Glück kann Mario sich hier hangeln! Puh! 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 Obwohl, warte, wir können uns ja noch was holen. Mit dir können wir was holen. Mit den Schädel. Ach du Schande, kann ich das wieder rückgängig machen? Cool. Ähm, okay. Okay. Wartet mal, da ist doch garantiert was drin. Da ist garantiert was drin. In dieser Höhle. Ja. Ähm. Warum hängt denn hier ein leerer Bilderrahmen? Ja. Das. Da denke ich mich auch. Gut. Wieder ein Geheimnis, ein Sekt. Wow, so sieht es also aus wenn man zu einem quasi Checkpoint fliegt. Und nochmal vier Monde. Einen konnte ich leider noch nicht holen, weil ich noch immer nicht weiß, wie ich da oben hochkomme. Hm? Ich möchte gerne da rein. Kann ich meinen Mond wieder umtauschen? Jep. Danke. Fisch. Super. Da ist die Statue, die wir gekauft haben und da ist der Schädel. Okay. Gut. Dann werden wir wohl im nächsten Part in die Wüstenwelt und dort alles erledigen bzw. Quatsch herausfinden, warum alles vereist ist, obwohl es eine Wüste sein sollte. Also bis zum nächsten Part, euer JV Solaro. Lasst bitte gerne einen Kommentar da und wir werden uns im nächsten Part wiedersehen. Bis dann und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.